Was geht ab, Mono Z-Fighter, außer dir? Und im japanischen Dokkan Metal gab es ein Data Download, dementsprechend kamen neue Informationen und Details zu unserem Boy Super Bu rein, dem nächsten Dokkan exklusiven Charakter für das japanische Dokkan Metal. Er sollte morgen um 10 Uhr morgens unsere Zeit erscheinen, aber natürlich kamen auch weitere Awaklings rein, neue Charaktere, wir werden uns alles im Detail gleich ansehen. Bevor wir anfangen, natürlich schaut uns an die ganzen Jungs, die hier beteiligt sind, sei es Dokkan Art oder auf Reddit, Goresh für die Übersetzungen, die Links sind in der Beschreibung und natürlich auch für die Super-Tags und für die S-Animationen an sich, für die Animationen an sich an Mai. Wie gesagt, wir haben einen neuen Super Bu, er ist von Extreme Strength Type, das ist eine TUR-Version und wir wussten ja im Vorfeld schon, dass er sich transformieren kann zu unter anderem Bukulo, Bu-Tanks oder Bu-Han. Wir werden uns gleich sehen, wie das Ganze vonhanden gehen wird, ich sag aber jetzt schon mal aus vorweg, das wird nicht ähnlich sein wie bei Goku und Freezer, den wir neulich hatten. Ich hatte damals predicted oder ich hatte damals gesagt, ich würde es cool finden, wenn Bu seine Transformation irgendwas mit der HP zu tun haben würde, weil ich finde, das passt irgendwie zu Bu mit der HP und das wurde auch so. Ja, dementsprechend schauen wir einfach mal rein, was denn der Boy hier drauf hat. Super Bu ist sein Name hier, sein Leaderskill ist, ergibt der Kategorie der Intensifying Transformation. Die Charakterliste gucken wir uns gleich an, ich sag schon mal aus vorweg, sie ist ein bisschen komisch, soll nichts Schlechtes heißen, aber wir werden gleich schlauer. Intensifying Transformation, was heißt das grob übersetzt? Verstärkte Transformation oder verbesserte Transformation, quasi Charaktiere, die ihre Transformation verstärkt verbessert haben, mehr oder weniger, so aufs letzte Maximum gebracht haben, mehr oder weniger. In der Kategorie, beziehungsweise dieser Kategorie gibt er Key Plus 3 auf HP Attack und F 150% oder Extreme Strength Charakter, die ihren Key Plus 3 auf HP Attack und F 90%. Das finde ich einen sehr coolen Zusatz, denn die Kategorie selbst, da sind sehr viele Villains vertreten und da mit Extreme Strength könnten wir den Rosé mit reinnehmen, der ist dann als Supporter da sehr gut gedeckt zum Beispiel. Mit seiner Super Attack macht unser Boy Super Bu immense Damage und verliert Angriff und Verteidigung des Gegners. Seine Passive ist folgendermaßen, auf seinen eigenen Angriff bekommt er 80% und auf die Verteidigung ebenso. Attack on Def 80%, wenn die Bedingungen entschlimmeln, transformiert er sich. Boom, das war's. Das war's zu der Passive. 80% Attack on Def. Okay, nun wie transformiert sich aber unser Boy ab Anbeginn der 5. Runde, ähnlich wie der Free2Play Piccolo, kann er sich transformieren zu entweder, entweder Freunde, entweder Piccolo, Gotenks oder Ultimate Gohan Absorption. Also entweder Buccolo, Gotenks oder Buhan. Von was ist das abhängig? Wie gesagt, ab Anbeginn der 5. Runde. Und wenn zusätzlich die HP 49% oder drunter sind, wird er zu Buccolo. Wenn die HP zwischen 50% und 79% sind, wird er zu Gotenks. Und wenn die HP ab Anbeginn der 5. Runde 80% oder drüber sind, wird er zu Buhan. Wir gucken uns gleich an, was die einzelnen Transformationen draufhaben. Aber wie gesagt, entweder oder. Also es ist nicht wie bei Goku und Freeza, dass er sich jede Runde transformiert. Nein, ab Anbeginn der 5. Runde, je nachdem wie unsere HP sind, wird er zu einer der 3 Transformationen. Linksskill haben wir Majin. Brutal Beatdown, Metamorphosis, Infinite Regeneration, Fear and Fate. Sehr, sehr gut ist Ki plus Sai, haben viele Villains. The Wall Sending Tor, Fierce Battle. In der Katerie ist er in seiner eigenen ganz klar und in der Majin Buu Saga. Alles klar. Bukulo, Bukulo ab Anbeginn der 5. Runde, wie gesagt, quasi, wenn unser Boy hier 49% HP hat oder wir selbst oder drunter, dann wird er zu Bukulo. Was hat Bukulo drauf? Nun zum einen macht er mit seiner Super Attack immense Damage durch die Passive, aber die Passive ist interessant. Er hielt am Anfang der Runde 15%, hielt unsere HP um 15% und auf seinen eigenen Angriff und Verteidigung bekommt er 100%. Zudem gibt er jeden Verbündeten Ki plus 3 und auf die Verteidigung 30%. Das ist die Bukulo Transformation. Buu Tanks sieht dann folgendermaßen aus, wenn wir einmal hier hochschauen, boom, dann haben wir Buu Tanks. Buu Tanks ist ein Artwork und zwar, was hat der drauf? Mit der Ulti macht er immense Damage und sealt den Gegner. Buu Tanks erhielt sich um 8% als Start of Turn und bekommt auf seinen eigenen Angriff 120%, auf die Verteidigung 100% und wenn der Gegner einen Debuff hat, nämlich wenn der Angriff des Gegners gesunken ist, dann bekommt er zusätzlich weitere 30% auf seinen Angriff. Soviel zu unserem Boy Bukulo. Zum Schluss quasi haben wir Buu Han. Buu Han wie gesagt 80% oder drüber ab der 5. Runde. Seine Ultis, er tut seinen Angriff und die Verteidigung für eine Runde greatly erhöhen. Das ist ein guter Boost, sollte bei 50% sein für eine Runde und macht zusätzlich immense Damage. Er hielt sich um 10% und bekommt auf seinen Angriff und auf die Verteidigung 120%. Bevor wir quasi weitermachen mit den weiteren Charakteren, gucken wir uns mal die Transformation an, beziehungsweise die Kategorie Transformation, Intensifying Transformation. Die Kategorie an sich ist sehr groß, man kann damit viele, viele geile Teams bauen, würde ich mal sagen. Es ist wirklich eine facettenreiche Kategorie. Wenn wir uns die Kategorie mal so ansehen, dann merkt ihr auch, okay, das sind so die Charaktere, die sie transformieren können, die ihre Transformation, sag ich mal, verstärkt haben. Denn, wenn ich so, als ich die Liste zum ersten Mal sah, dachte ich mir, das sind einfach die Charaktere, die ihre Gene ändern, die ihre genetische Optik ändern, wenn sie sich transformieren. Was heißt das? Ja, ganz klar, ganz easy. Freezer, erste Form, unterscheidet sich, wenn er zu Freezer, äh, er hat erste Form, wird zweite Form, dritte Form, final Form, Freezer, merkt ihr schon. Die sehen anders aus, ja. Da ist eine genetische Änderung, optische Änderung meine ich damit. Cell ebenso, erste Form Cell und so und so fort, der wird dann quasi, der ändert sich durchgehend, wenn er sich, also optisch ändert er sich, wenn er sich transformiert, das meine ich damit. Okay, die anderen Charaktere passen eigentlich auch in die Auswahl. Außer, HDF. Ultra-NZ-Goku ist mit am Start, Evolution Vegeta und der Super Saiyan Goku. Die finde ich, und Rebriant zum Beispiel auch. Wobei, Rebriant würde ich auch verstehen, das ist quasi auch ihre letzte Transformation gewesen und da ist mehr oder weniger eine optische Änderung, genetische, optische Änderung, das meine ich damit. Zum Beispiel Baby Vegeta ist auch drin, der hat seine erste Kathorie, aber Uigoku, Vegeta, ich meine, ja, die ganze Super Saiyan Transformation, die ändern ihre Haare, aber da ist keine optische, genetische Änderung. Diese genetische Änderung, finde ich, würde viel, viel mehr zu der Kategorie passen, weil da auch cooler drin ist, Janemba, etc., etc., aber meine, meine Güte, dass sie das als verstärkte Transformation abhaken, finde ich komisch. Das ist irgendwie so ein bisschen ähnlich wie Full Power, aber auch nicht. Da sind halt alle anderen Charaktere drin, die nicht in Full Power waren, beziehungsweise auch in Full Power, aber halt nicht in Full Power noch zusätzlich. Ich weiß nicht, ich kann, was hat ihr von der Kategorie? Zum Beispiel, verstärkte Transformation, wo ist da zum Beispiel, wo sind die Great Apes? Die sind auch quasi ihre Transformation, mehr oder weniger, und ihre verstärkte Transformation. Das sagt quasi von den Great Apes die letzte Stufe. Oder von Super Saiyan 4, Goku und Vegeta. Super Saiyan 4, Goku und Vegeta, die ändern sich optisch viel, viel stärker als alle anderen Transformationen von den Saints. Zudem ist das auch, mehr oder weniger, eine der letzten verstärkten Transformationen. Also die Kategorie, ich will sie nicht schlechtreden, ihr seht schon, sie ist sehr groß, sehr facettenreich, da kann man sehr viel mit machen. Viele Teams und gute Teams mit bauen, dennoch finde ich, es ist wieder mal ein bisschen komisch. Das ist so, wie als hätte einer irgendwas gesagt, ey, wisst du was, wir nehmen die Kategorie Transformation, aber dann hat der andere gesagt, ja was mit Ui Goku und Vegeta, schmeißt du mit rein. Ja, ja, wir schmeißt du mit rein. So, kennt ihr diese Memes? Irgendwie erinnert mich an das, die Kategorie. Anyway, dann haben wir hier noch einen neuen Herkul, Int Herkul, Supreme Damage macht er mit der Ulti und hat eine Medium Chance, den Gegner zu stunnen. Der ist wirklich sehr interessant, nämlich, seine Passage ist, er hat eine hohe Chance, gegnerische Angriffe zu dodgen, das sollte alles sein, weil da steht nicht nur Auto-Attack oder Ulti. Und, der hat eine Damage Reduction, abhängig davon, wie die HP ist. Je geringer die HP ist, desto höher ist die Damage Reduction und die ist zwischen 50 bis 90%. Der hat eine Damage Reduction von 50 bis 90% auf alles. Wow, den sollte man nicht unterschätzen. Dieser Strength-Boo ist ein Awakening aus dem Strength-Boo, den es bereits gibt. Er gibt den Leader-Skill bzw. Strength-Charakter, gibt er durch den Leader-Skill Key plus 3 auf jeden Attribut 70% und der ist wirklich sehr, sehr gut nach seinem Awakening geworden. Nämlich, er macht Supreme Damage und trifft jeden, zusätzlich hat er eine Rare Chance zu stunnen. Also, ist ein AOE-Damage-Stealer, er trifft jeden Gegner für das World Tournament, ist er sehr gut. Warum? Auch wegen seiner Passive. Er change-Int-Key ins Strength-Key, bekommt auf den eigenen Angriff Attack und auf die Verteidigung, Attack unter 50%. Zusätzlich bekommt er weitere 10% auf den Angriff und die Verteidigung pro Orb, den er einsammelt. Also, den im Waterloo kann er auf jeden Fall nutzen. Den haben sie wirklich sehr gut gemacht, finde ich. Mit seinem Awakening, also nach seinem Awakening haben sie aus ihm wirklich... Davor hat man ihn nie genutzt. Davor war er einfach nur da und jetzt hat er auf jeden Fall einen Nutzen, sage ich mal. Wir haben hier einen SSR-Evil-Boo. Das ist der aus dem SR-Boo, heißt, wenn ihr den quasi rumliegen habt, irgendwo könnt ihr ihn auf SCC bringen. Den kann man dann erwecken und mit 21 der neuen Doku-Event-Medaillen, was hat der Dude drauf? Was ist nennenswert hier an der Stelle? Durch die Passive tut er Angriff und Verteidigung des Gegners um 20% senken, hat zusätzlich eine Medium-Chance, des gegnerischen Angriff zu dodgen. Das sollte auch alles sein an der Stelle. Wir haben hier dann noch West Supreme Kai. Die sollte eigentlich aus dem Story-Event sein, was kommen wird. Heißt es Farmable Free-to-Play. Was hat sie drauf? Und zwar folgendes. Sie gibt den Strength-Charakter, ihren Keeper-Side, Air of HP, Attack, unter 40%, tut ihren Angriff, erhöhen durch die Ulti für eine Runde, macht Supreme Damage. Ihre Passive ist, sie bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung hat sie so immer fix 50% und zusätzlich für jeden Dream-of-Gods-Charakter, der im Team vertreten ist, bekommt sie 7% auf die Crit-Chance. Also kann man auf jeden Fall mitnehmen für den Free-to-Play-Charakter, warum nicht? Dann haben wir hier noch an der Stelle einen Free-to-Play-Shin und zwar kann man ihn erwecken mit den Free-to-Play-Medaillen, die sie werden reinkommen. Was wird er dann drauf haben? Sieht folgendermaßen aus, dass die ganze Crew hier an der Stelle, was hat denn der Dude drauf? Und zwar gibt er den Ream-of-Gods-Charakter in Key-plus-3 auf HP, Attack, unter 50%, heißt wir haben hier einen Free-to-Play-Ream-of-Gods-Leader. Ansonsten macht er durch die Ulti Supreme Damage und tut den Angriff aller Verbündeten, Superclass-Verbündeten um 30% für eine Runde erhöhen. Passive ist folgendermaßen, für jeden Ream-of-Gods-Charakter im Team bekommt er Key-plus-1 und Attack, unter 20%, also für den Free-to-Play-Charakter kann man ihn mitnehmen. Warum nicht? Ist auf jeden Fall hier, ich finde, das Artwork ist echt nice, finde ich, die alten Kaioshins gegen Buu, als sie gekämpft haben. Und diese hier, die hier wird auch summonable sein, gehe ich stark von aus, die Strength wird Free-to-Play sein, die summonable, warum, wegen dem Team-Kosten und an sich, was sie drauf hat. Denn, meine Freunde, sie gibt den Ream-of-Gods-Charakter in Key-plus-2 auf HP, Attack, unter 80%, erhöht ihren Angriff für eine Runde durch die Ulti und macht Supreme Damage. Passive, hört zu. Den Ream-of-Gods-Charakteren gibt sie Attack, unter 40% und 7%ige Hit-Chance. Wir haben hier einen Ream-of-Gods-Charakter, ähnlich wie die alten, wie die alten Type-Leader, wie Pan, etc. Attack, unter 40% und eine 7% Hit-Chance. Sind es da nur 7%, aber ey, das sind 7% Hit-Chance, einfach so free. Das Geile ist aber Attack, unter 40%. Das kann echt zum Beispiel für das Ream-of-Gods-Super-Battle-Road gut sein. Zudem hat es hier gute Linksgits für so ein Ream-of-Gods-Team. Battlefield Diva, die Innocence für Elevirus zum Beispiel, Courage, Shark and Speed, ebenso Gottly Power, Supreme Power, Inekato, Isi-Ma, Jimbo, Saga, Ream-of-Gods und Potara. Ja, Freunde, so viel zu den ganzen Charakteren, die reinkamen, so viel zu unserem Boy, Super-Boo. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und lasst mich wissen, was haltet ihr von Super-Boo und vor allem von seiner Kategorie und der Passive. Das würde mich echt interessieren. Ich war echt gehypt, ich bin immer noch gern auf den Charakter, so ist es nicht. Aber ich habe mir irgendwie mehr aus der Passive gedacht. Ah, zum Abschluss, wegen den Stats, schaut mal, das sind die Stats, wenn er auf 100% ist, das sind 16.000 Angriff. Das ist schon hoch, das ist schon hoch, sollten wir nicht unterschätzen. Der wird auf jeden Fall gut Schaden machen, aber das Problem ist halt, fünfte Runde, der sollte sich oft transformieren. Und das Geile ist, der transformiert sich dann direkt in eine der Stufen. Es muss einfach nur die fünfte Runde sein und er transformiert sich. Aber bis zur fünften Stufe hatte nur Altec-Modelf 80%. Wisst ihr, was ich meine? Anyway, Freunde, so viel zum neuen Super-Boo und ich hoffe, dass das Ganze euch gefallen. Wie gesagt, wenn ja, gebt den ganzen Tag Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. Outro